Die Landesregierung hat, nachdem das Projekt verkleinert wurde, grünes Licht für einen Windpark in der Gemeinde Brenner gegeben. Der Windpark wird auf dem Sattelberg einer der windreichsten Gegenden Europas entstehen. Sie wissen, dass es immer schwierig ist, wenn verschiedene Interessen sind, einen Kompromiss zu finden. Und auch hier war es so, dass wir zwei Körperschaften gehabt haben, einerseits Pflersch und andererseits Brenner. Die anderen wollten neun Anlagen machen, Windräder machen, die anderen 32. Wir haben gesagt, schaut, dass man irgendwo eine Einigung findet. Nach langem Hin und Her haben sie uns eine Einigung gebracht. Und zwar in der Form, dass nicht mehr 32 plus 9, also 41 Windräder gemacht werden, sondern Nummer 22. Und von diesen sollten eine gewisse Anzahl zwischen den Gesellschaften aufgeteilt werden, zwischen Brenner und Pflersch. Außerdem haben wir noch drei Windräder, die ganz an der Grenze waren, gestrichen, sodass sie insgesamt noch 19 geblieben sind. Wir haben versucht, wirklich einen Kompromiss zu finden. Einerseits alternative Energie zu produzieren, denn das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und wir können mit diesen 19 Windrädern ungefähr 100 Millionen Kilowattstunden Energie, alternativ gesunde, nachwachsbare Energie produzieren. Das heißt, den Bedarf vom ganzen Wipptal. Und ich glaube schon, dass das auch im Interesse der Umwelt ist. Und durch die Reduzierung von 41 Windrädern auf 19, dass wir hier auch einen Beitrag für den Landschaftsschutz geleistet haben. Jedenfalls glaube ich, dass das ein vernünftiger Kompromiss ist. Die Landesregierung hat sich in ihrer Montagssitzung auch wieder mit dem Finanzgesetz beschäftigt. Dabei wurden die Neuregelungen in Sachen Einkommenssteuer IRPEF nochmals bestätigt. Wir haben heute das bestätigt, was wir bereits letztes Mal beschlossen haben. Was die Einkommenssteuer anbelangt, ist es so, dass in Zukunft bis 15.000 Euro alle befreit sind. Auch wenn sie keine Kinder haben. Ab 15.000 Euro ist es so, dass sie pro Kind 252 Euro abziehen können. Wir haben heute eine Höchstgrenze eingefügt von 70.000 Euro. Auf diese Art und Weise haben wir diejenigen berücksichtigt, die ein sehr niedriges Einkommen haben. Also unter 15.000 Euro. Wir haben die Kinder berücksichtigt und wir haben vor allem auch den Mittelstand berücksichtigt. Ich glaube schon, dass wir auf diese Art und Weise ungefähr 20 Millionen bereitstellen für Begünstigungen, für die Familie, für den Mittelstand und vor allem für die Kleinstverdiener. Immer in Bezug auf das Finanzgesetz will die Landesregierung auch in Sachen Wertschöpfungssteuer IRAP den in den letzten Sitzungen eingeschlagenen Weg weitergehen. Was die IRAP anbelangt, haben wir wiederum das bestätigt vom letzten Mal. Das heißt, dass Banken und Versicherungsinstitute, die zahlen das, was eben auf Staatsebene zu zahlen ist. Das heißt 4,2 Prozent. Die anderen Körperschaften und die anderen Betriebe, die IRAP zahlen müssen, gehen zurück auf 2,98. Wobei diejenigen, die Forschung und Entwicklung betreiben, auf 2,5 Prozent zurückgehen. Und wir haben heute noch eine weitere Kategorie eingeführt. Diejenigen, die Alternativenergie produzieren oder Forschung und Entwicklung in diesem Bereich machen, denn wir möchten ja Klimaland werden, die zahlen nur 2 Prozent und ich glaube schon, dass das in die richtige Richtung geht. Die Landesregierung hat sich auch mit dem Problem der Sonntagsöffnungen der Geschäfte befasst. Der Sonntag soll in Südtirol grundsätzlich ein Ruhetag bleiben, der der Entspannung der Familie den eigenen Interessen gewidmet sein soll, so Durmwalder. Die Landesregierung ist also gegen eine vollständige Liberalisierung der Öffnungszeiten. Vor allem an bestimmten Feiertagen wie den 1. Januar, den 1. Mai, den 15. August, den 1. November und natürlich Ostern, Weihnachten und Pfingsten sollen die Geschäfte geschlossen bleiben.